yo leute und damit herzlichst willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir spielen heute mal ein paar runden 1.2.1 kyudo badwars weil ich mir dachte kyudo ist wieder zur abwechslung mal ein bisschen besser und ich habe heute ein neues sector pack drin und da wurde ich von dem lieben selfwasher auf twitter angeschrieben ob ich mal sein 3k pack vorstellen könnte oder mir angucken könnte dann dachte ich mir okay und ja jetzt bin ich schon in aufnahmen guck es mir gerade an ich muss sagen ich habe damit schon auf rewi gespielt gehabt ein zwei runden und scheiße und auf rewi sind die blöcke naja die sind eher grün 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 schwarz kann ich ja noch mal einblenden wenn ihr wollt und ja ich dachte mir jetzt einfach ich sage mal meine meinung zu dem pack ich muss wirklich sagen erst mal diese hotbar hier das finde ich extrem meist mit diesem grünen was darum geht ich finde das extremst cool und auch die herzen keine ahnung ich finde die sättigend und scharf denke ich dass es so ist und das finde ich auch wirklich das ist extremst nice und dieses dieser look einer lavalampe auf den blöcken ist auch sehr cool nur keine ahnung ich bin generell so der typ der eher schlichtere blöcke mag sieht man ja auch meistens an den packs mit denen ich spiele und nicht so aufwendige blöcke oder generell animierte blöcke oder so das mag ich absolut gar nicht und mir reichen wieder die blöcke nicht und der stick ist auch eher so länglich gehalten als so ein old school stick den es früher auch schon ganz oft gab es wirklich dann guckt euch bitte diese pick keine ahnung ich finde diese picke so geil ohne witz die picke ist echt mega nice ich feiere die so hart ich finde keine ahnung ich finde es irgendwie cool mit diesem farbverlauf dass diese glühend wirkt aber trotzdem halt so als würde holz glühen und kein metall oder so ist ja auch eine holz picke aber was war das denn gerade der typ hat mir noch gar keinen hit gegeben warum bin ich denn so zur seite gerutscht ich muss sagen das fadenkreuz habe ich jetzt so in der form schon öfter gesehen gefällt mir relativ gut nur ist auch nicht mein stil so also ich selber benutzen solche fadenkreuze nie eher so der typ für entweder richtig kleine fadenkreuze oder halt viereckige oder runde kreise oder so das ist ja so ein kreis mit so zwei dingern weggehend ich selber benutze was halt wirklich gar nicht der typ hatte vorne sich in z zu setzen also ich glaube sie nicht und auch kissen und eisenblock man da brauche ich wieder so lange zum abbauen wenn man nicht vor dem bett runter springt wenn man sich hinbekommt zum no shift anzuämen das ist doch perfekt und sekunde leute ich zeige euch mal die schwerter hier sind die schwerter warte verzaubert sehen die so hier aus finde ich ganz nice ich mag generell so kleinere schwerter sehr und das steht echt kann man bestimmt auch gut mit pvp und hier gleich mal im gegner jetzt ausprobieren achso und ich weiß nicht warum aber ich habe irgendwie als nixgen fast mein pedo skin den ich sonst und hab ich wollte ich ja an dir den das schwert ausprobieren aber ich sehe wie hoch du dich schon wieder stext dann muss ich den stick einfach nehmen mag es ja eher zu gehen aber wenn die leute sich so stecken dass wenn er jetzt von darunter springt stirbt ist es natürlich ein bisschen blöd geht jetzt einfach nur darauf mich zu zu sein ernsthaft eine fresse hat sie ja wirklich das haben bestimmt 20 blöcke die da sich gesteckt hat also die ingots wurden an sich glaube ich nicht verändert glaube ich bin ich mir nicht sicher super klasse super move und vielleicht könnte man an den ingots auch irgendwas machen das wäre cool den bett abbaus und habe ich auch schon gehört ihr werdet ihr wahrscheinlich gleich auch eh dann hören ich muss wirklich sagen der bett abbaus und ist meiner meinung also nicht mein stil so ob es jetzt nicht meine absicht achso und das essen das fleisch ist so so grünlich gehalten was ich auch geil finde der gold dafür genauso das sind die tränke und das hier ist die ender perle ender perle hätte man vielleicht noch keine ahnung da hätte man irgendwie ein motiv oder so aufpacken können oder das generell in der animation wie die grünen blöcke auf revie sind machen können das wäre denke ich auch noch ganz cool gewesen aber sonst gefällt mir das pack ganz gut auch mein gott noch das web aus der hand man heilige scheiße der hat ja immer ein web dabei der wird sich jetzt direkt wieder einen web kaufen ja er hat schon web und schwerte hat supermann du bist echt ein toller typ ja klasse ja und da haben wir ihn denke ich jetzt könnt ihr auch gleich zum hoffen mich zu schlagen bitte nein der bekommt mich noch doch nicht durch natürlich gucken ich hasse es wenn die betten so eingebaut sind wie er sie hat man für aufnahmen kacke naja leute ihr hört jetzt gleich den bettabau sound ja und deshalb keine ahnung das ist so übel abgehackt weiß nicht wieso aber das könnte man vielleicht noch ein bisschen verbessern wo ich finde halt bettabau sounds keine ahnung das ist so ich bin generell nicht so der web typ muss ich sagen und das ist nicht so keine ahnung mir persönlich gefällt er jetzt nicht so hart ist halt geschmacksfrage wieder und ich würde sagen wir gehen direkt noch meine der nächste runde hier so in der nächsten runde angekommen und das bett ist auch so grünlich da könnte muss ich aber wieder sagen ich kenne mich absolut nicht aus ob man so ein bett machen kann aber vielleicht das bett auch in einer grünlich dunkleren textur wie der blog also ich meine wenn ihr euch für so einen blog entschieden habt dann würde ich vielleicht auch für das essen das da habt ihr das ja auch so gepixelt dann würde ich das vielleicht überall so machen und nicht bei manchen sachen anders und bei manchen sachen so also da muss ich wirklich sagen es gefällt mir nicht so die die hungerkeulen sind auch so keine ahnung da könnte das könnte man vielleicht grünlich wieder machen weil ja das pack ist ja komplett grünlich gehalten oder halt rot hier sind die blöcke rot auf revie grün das könnte man vielleicht dann komplett so grünlich machen und nicht manche sachen so und manche sachen so ach so leute ich wollte euch noch fragen ich werde irgendwie ein format machen weil ich habe in seitdem ich mit dem sie angefangen habe und auch mit youtube da wollte ich mal fragen wie es halt weil das sind bei mir wirklich ja wie soll ich sagen wirklich schöne sachen hier denke ich auch sehr sehr spannend sind alles klar das passiert ist ist es nur bei mir so da auch bei euch bei ich bekomme so oft partikel auf kilo ich hatte auch letztens gegen den typen gespielt da habe ich der ist zu mir gekommen hat mich dann first wash gezogen weil ich die ersten drei hits partikel bekommen habe was ich absolut nicht verstehen kann aber keine ahnung das muss man unbedingt mal fixen ich bekomme so oft nur partikel auf kilo das ist wirklich unmöglich das macht der typ da wenn ich deine mutter bin der kriminelle weil die bilder kommen dann in der villa mit der gang und den fick in miami ausziehen guck mal das ist doch super klein motzken und so nen cape das passt doch ja der ist afkar und da ich die aufnahme noch auf zehn minuten strecken muss habe ich den jetzt eingebaut warte wir hätten die mit dem kuchen tot das ist doch ne idee tja digga man sollte nie in runden wo man gegen mich spät afkar gehen so kommt super ich hoffe euch hat die runde gefallen lasst gerne mal eine bewertung oder ein leichter würde mich auf jeden fall freuen und wie gesagt schreibt mir mal eure meinung zu dem format was ich geplant habe jetzt in die kommentare würde mich auf jeden fall sehr freuen und wie euch das pack gefällt würde ich mich persönlich auch fragen und ja ich würde sagen bis zum nächsten mal und ciao